Ich bin Matthias Müsse, ich bin der Szenenbildner von Jerry Cotton und wir haben viele Motive in Berlin und ich nenne mal die wichtigsten. Also angefangen mit dem FBI, wir haben das FBI-Großraumbüro in der Tiefgarage des Olympia-Zentrums gebaut, wir haben in der Bütze Brauerei das Dead End von außen eingerichtet, den Trailer von Vasili. Wir hatten, ach, so viele Motive, es ist nicht so leicht. Wir haben so die Unterwelt von New York über verschiedene Heizkraftwerke erstreckt, also das fängt schon an hier in dieser Brauerei und hatten dann noch ein Heizkraftwerk für so einen, muss man sagen, Exekutionsraum, der einfach so ein großer Maschinenbauch ist wie in einem Schiff oder was ähnlichem. Sehr bedrohliche, große, brutale, alte, rostige Maschinenstrukturen sind da zu sehen, eine wunderbare Kulisse. Tja, das sind die Sachen, die mir jetzt gerade mal einfallen.